So liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Chill und wir machen heute weiter mit unserer Reise hier in die Gala Region. Und ja, du sag mal, für einen echten Trainer ist die Arena Challenge doch eigentlich ein muss, oder? Was ist denn die Arena Challenge? Weiß nicht, du weißt nicht, was das ist? Na gut. Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Femme trainen zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfindungsgut. Denen könnte mir jederzeit im Ausschnitt, weil der Leiter schüttelt sich quer. Dann will ich jetzt den Professorin um Rat fragen. Du musst aber schon auch eine Arena Challenge hernehmen, oder? Dann können wir uns gegenseitig anspornen. Echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Also vergiss nicht, unterwegs auch nicht zu trainieren. Genau, wir wissen nicht, dass wir haben, jetzt zu trainieren, unser Team. So. Ja, und... Schauen wir mal, wie das Team im Endeffekt aussehen wird. Kann immer mal passieren, dass wir natürlich ein bisschen durchwechseln müssen, oder durchwechseln werden, aber in der Regel sollte ich eigentlich ein Team nehmen und damit erstmal durchziehen und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir nach Bedarf auch ein bisschen durchwechseln müssen. So. Also, aber spannend, dass es mal losgeht. Natürlich muss es wieder einen Trainer geben, der uns nach so vielen Jahren Erfahrung immer noch zeigt, wie man eigentlich Pokémon ist. Gut, Pokémon ist natürlich unendlich. Wir stecken immer jede Generation wieder eine neue Jugend ein, die noch gar nichts davon wissen, wie das eigentlich läuft. Also das tun wir mal so, als wenn wir noch gar nicht wissen, was überhaupt Pokémon sind, oder was man mit denen überhaupt macht. Ähm, hey! Sag mal, ich weiß überhaupt nicht schon, wie man ein Pokémon fängt? Falls nicht, erklär ich's dir. Falls nicht, erklär ich's dir. Wenn ein Pokédex füllen will, würde ich jetzt nicht auch wissen, wer ein Pokémon fängt. Tadeon. Hier ist Pokémon gut einem oder zwei Typen an, wie er Typen stärken und schwächen. Ähm, da stimmt nicht so ganz. Es gibt tatsächlich ein paar Pokémon, die weder noch haben. Ähm, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Ähm, ich weiß jetzt gerade, auf Anhieb kein Pokémon, das tatsächlich eine Schwäche hätte. Oder keine Schwäche hätte. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Pokémon, die keine einzige Schwäche haben. Tatsächlich die Schere zwei Typen und Haupttypen oder so. Naja, gut. Ähm, deshalb ist es sehr wichtig, dass du dir IT von Pokémon zusammenstellst, die ihre Stärken und Schwächen wiederdich ausrechnen können. Nur genug der Trockentheorie. Ich wünsche mir ganz heiß darauf zu zeigen, wie man Pokémon einfach zu suchen ist. Schöntag. Genau. Und der Devion erklärt euch jetzt tatsächlich, wie mir eigentlich Pokémon fängt. Er hat sich beim Mikro gefangen. Und bekämpft ein wildes Volli. Der Film hat sich jetzt die Aufgabe gemacht, tatsächlich erstmal komplett neu anzufangen. Naja, dann fangst du mir dann, oh, puff. Cool. Er macht jetzt einen kleinen Fehler. Normalerweise sollte man Pokémon vorher spraßen. Und, ähm, am besten auch die Statusänderung, also parodisieren, schlafen, also noch einfacher. Also, was er jetzt gemacht hat, aber ich glaube, das würde uns gleich nochmal erklären. Er hat mich von der Pokéball gefangen und, ähm, ja, war drin. Manchmal klappt das, am Anfang noch gerne, aber umso später klappt es eigentlich nicht mehr. Ja, da sind sowas nur noch auf. Hier habt ihr eine Pokéballe verspricht, wenn ihr so 20 Pokémon fangt. Wiedergegen kommen. Einem die Pokémon ja praktisch mehr anglaubt. Das ist nicht so, als suchten sie einen neuen Trainer. Gut, wir haben 20 Pokéballe bekommen, wir haben ja schon ein paar gefangen. Ähm, ja, und wenn wir die Pokémon fangen, kriegen wir auch Erfahrungspunkte. Da sind auch relativ neu. Seit Pokémon jetzt kompliziert sind jetzt gut. Evo die. Ähm, die sind ein Trainer, die ihr unterwegs trifft, um eure Team zu trainieren. Aber ich habe mich sehr gespannt, wie die Pokémon ja am Suchenwelt. Ach so, wir bekommen ja nicht das allerbeste Team, das allerbeste Team der Welt zusammen. Ich bin so, wenn wir den Mund verstaunt, die haben ja nicht mehr zu kriegen. Genauso ist es. So, hier werden wir am Anfang noch nicht viel bekommen. Ich habe damit gemischt, ich glaube, wir hier das Klick-Sacks gefangen. Aber das wäre jetzt mal nicht die Team. Ich habe ein anderes Willicht-Pokémon, äh, im Kopf geplant. Und das ist unser erster, ja, abgesehen vom rivalen Trainerkampf, der jetzt gleich übersteht. Und zwar dieser kleine Junge hier. So, werden wir das mal angehen. So. Du hast einen Napel. So. Gut. Gehen wir mal auf Blut. So. Das ist aber lieber immer noch zu testen. So. so habe ich es weg das gibt gute fahrungsgute das hat aber nichts was wir haben ja jetzt sind wir der kleine knürz der hat er recht das ist ja eigentlich nur ein micros auch ein ziemlich klar aber ich werde ein anderes druck und dann ist es egal original formen früher gab es eigentlich in dieser form Aber das dauert alles noch ein bisschen. Das sehen wir mal. Hm, scheinbar. Aber ja, nicht wirklich, was wir kriegen hier. Wir könnten jetzt eigentlich da hinterher das Holzgras gehen. Aber wir müssen ja eine Trainerkampf mit dem Heuerlevel brauchen. So, ich würde mal hier noch trinken noch mal. Ich würde diese Gehörung mal hier uns herausfordern. Oh, das ist, ähm, ja. Drachen-Bokémon, Alter. Drachen-Bokémon, ich will auch dafür das. Aber unser... Oh, das war nicht gut, ich hätte es halten müssen. Ja, das ist jetzt halt. Warte mal, ich würde das freuen, wenn wir nicht mehr müssen. Ich glaube, 30 sind, ne? Ist das denn? Nee, 20. Wahrscheinlich, das wäre 30 jetzt gewesen. Gut, können wir nicht machen, weil Kami hat das ein Wasser-Pokémon hier. So, und falls sich noch was mautzt, ist das ne Katze. Wenn wir hier drei Stück rumrennen haben, kann das mal mal sehen, dass Kami in 5 Minuten gesagt hat. Also, äh, ne? Also, da kann man 3 Stück zu tun, kann ich das jetzt mal so sagen. So. Oh, ich kann das Mikrofon jetzt nicht weiter anfangen. So, ich kann sich abstellen. Kann man es mal sehen. Oh, 50, der Kami ist wirklich sehr gut. Und sie gehören, wie sie. Ja, klar könnte ich Kami haben und sagen, ja, ich würde das Wasser-Pokémon zu nehmen. Aber wir werden nicht Kami absensibel. Nicht, äh, es ist das Team nehmen und Wasser-Pokémon. Sondern ein anderes Pokémon. Ähm, das wäre aber erst. Findeweil, äh, ich kann auch immer noch am zweiten Orden kriegen könnten. Scheiß es nicht. Stand-Fact. Also, von mir, jetzt hätte ich hier einen Pokémon einfach leider gleich besiegen können. Und zwar haben wir nur Rappo. Das ist jetzt der Kip. Ne Käfer. Und, äh, bekommt die zweite Zyklo. Dann, ab der zweiten und dritten Kippe. Aber ich habe so weiter trainiert und ich fand's jetzt nicht so den Bringer. Weil wir brauchen nämlich verschiedene Typen. Klar ist es, in mannfang kann man jetzt natürlich auch klettern, hätten wir auch jetzt alles fangen können. Ähm, aber da waren wir nicht. So. Ich denke, ich hab's jetzt auch so gut geschlagen. Ich hab's jetzt auch so gut geschlagen. Ach, egal. Das ist letztlich eine kleine Kameer. Aber, ähm, das brauchen wir nicht. Ach, was macht die Arbe-Professorin? Ach, das ist die Professorin? Wie sie kennen, haben sie inzwischen alle Geheimnisse aus Thöna-Max-Phänomens gelüftet. Pff, ich wüsste davon, wie ich weit entfernt. Thöna-Max ist immer noch ein großes Risiko. Auch wenn ich nur eine Enkleinheit bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. So. Ach, wie unhöflich. Ich hab mich gar nicht bemerkt, dass ich besucht habe. Willkommen auf meinem bescheiden Anwesen, Herr Drieber. Ich bin Professor Magnolica. Komm doch mit hinein. Was sehe ich doch? Der Bolli hat hier Gesetze bekommen. Wie schön. Du bist Käferin. Mein Enklein hat Sonja deine Pokédex bekommen lassen, wahr? Jetzt liegt es an dir eben zu vollständigen. Käferin, das Dünner-Max-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolica erforscht dieses Mysterium schon seit einiger Zeit. Jetzt hören wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dünner-Max vollständig ausstecken können. Das ist ja auch so. Ach, ist das mal wieder typisch Teeleon. Pokémon hier, Dünner-Max da. Muss ich jedes Gespräch an Pokémon drehen. Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und am weiteren Horizont. Wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie viele verschiedene Tee-Sorten sind auf dieser Welt. Überaus faszinieren. Entschuldigung, Professor. Wo können Sie es Ihnen einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Fehlensbrief für die Areal-Challenge geben soll. Den brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was für euch da? Willst du einfach nicht, dass Sie daran teilnehmen? Habe gekämpft sind wir so kurz zum Pokémon-Trainer, Mann. Da war noch zu unerfahren. Ach so. Aber war es nicht auch dein Traum, Herr? Dass das geile, wenn man mal die Region mit den schlechtsten Trainern der Welt will. Da haben Sie natürlich recht. Das war ja auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden Pokémon zu schenken. Na schön. Ihr sollt eure Empfehlensbriefe haben. Aber ich war eine alte Anbindung. Ich will, dass Sie kämpfen. Ich will, dass Sie kämpfen. Ich will, dass Sie es in meinen Kampf zeigt, nachdem mir gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für ein Diarilla-Challenge zu empfehlen. Dafür mache ich natürlich noch eure Pokémon-Wid. Ach, das ist nett. Wie gesagt, wir haben ja noch ein Pokémon. Hatte ich noch nicht so viel. Aber müssen wir es irgendwie mal auf die Reihe bekommen. Ja, wirklich schon. So. Ähm. Warte. Also, okay. Da ist das Feld. Wäre jetzt um die zweite Minute. Wir können keinen weiteren Pokémon-Fang-Türkoth. Wir können keinen weiteren Pokémon-Fang-Türkoth. Wir können also direkt gegen einen antreten. Okay. Dann gehen wir jetzt mal los mit unserem zweiten Campcreen-Rivalen. Und auch nicht der letzte. Ähm. Klar. So. So. Na dann, let's go. So. So. So setzt Volli von an. in der Nähe unserer Generation. Äh. So, dann ist die schon mal weg. So, das ist ja sehr cool. Hier ist ein Chimpax noch. Ein bisschen nach. So Jetzt kommt die Lovax, jetzt war er Blut, war alles down Und wir reichen der Level, also 2 Level So Ach, der hat doch einen Micro, okay, aber kurz, ne? Ne, so trinkt, also ich habe gerade frisch gewandt, ne? Das sollte nicht das große Mobilen sein, Micro und auch noch zu spielen. Das war absolut kaputt. Das ist immer kein Herbst. Aber wir haben einen Hopf, ohne Probleme besiegt. Kann man einfach die Würfe doch diesmal durch die perfekte Kurve und sowas. Die Kippe sind echt nervenaufreibend. Das Gewinner hat es noch mal zum Glück auf und das Polierer verfrust. Das ist schon alles okay, so. In dem Effekt braucht es uns jeder keine Stärke, oder? Wir haben uns, glaube ich, unser Team wurde auch geheilt, gerade noch mal schnell. Hm, was für ein Kampf. Kev, hopp, fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena schon nicht mehr als verdient. Cool. Hopp. Dann habe ich das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensichtigkeit verwendest. Ich brauche Techniken für Bokehwelle und andere Kleinigkeiten, die mit einer wahren Leistung eines Fehler viel zu tun haben. Aber nun hast du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Der Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend. Davon will ich mehr sehen. Okay, ich bin dabei. Klasse. In einem Rivalen wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Passt du? Ja, stopp. Cool. Und die eine fällt sogar zum Boden und zwei blinkende Dings da hast du da irgendwie aufgetaucht. Ich denke, ich habe das mit. Ist das nicht ein Wunschchen? Nein, das ist sogar zwei Wunschchenne. Hier, den kannst du haben. Ähm. Ja, umgale verstreute Steine, die dann eine gammesvolle Energie in den Wunsch. Es erzählt Wünsche gegen eine Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. In solchen Wunschchen kann man ein Pokémon dynamaxieren. Ne, dynamaxieren. Natürlich werden sie riesengroß. Das ist ja ein Ding. Das hast Wunschchenne gelangen. Äh, doch nur von Menschen, die einen gewöhnlichen Wunsch haben. Ich will dir allerbeste sein. 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 So, jetzt habe ich es mir dreimal gewünscht. Jetzt geht der Wunsch bestimmt in Erfüllung. Ähm. Wunschchenne hat mir jetzt hätten so die wertvollsten Schätze, die man Gala finden kann. Aber so, äh, wirst du ihnen, äh, ihre Geimkräfte sicherlich nicht entlocken. Ich will dir beide die Wunschchenne für alle gewöhnliche Wunschchen überlassen. Ich bin ja ein Spezialist in Sachen Dynamax. Ähm. Tatsächlich kein Verkehr für mich wäre es auch einfach das größer, wenn wir unsere Pokémon Dinger absichern können. Das begegnen wir hier im Schlummerwald, diesem Werk und dem Pokémon und erfallen uns sogar zuerst, obwohl ich bin dafür gewesen. Das wäre auf jeden Fall etwas ganz Großes. Und das würde es auch passieren auf jeden Fall. Ich freue mich wieder mit euch, um dieses Toy-Armieren zu können. Ich hoffe, dass wie gesagt alles gut passt mit der Aufnahme. In der ersten Aufnahme hat es wohl gepasst. Dann kommt es jetzt mit der zweiten, ja, wenn wir sehen. Ich hoffe mal, dass es klappt. Ähm. Schau mal, ne? Ähm. Spannter dann Energie über verloren, wenn dann eine große Reise beginnt. So. Ich muss jetzt auf den Stimmel-Mintergrund zu nehmen. Ich muss jetzt auf mich sind drauf. Ich nehme mich auf mich im Aufnahme im Mund. Es wird so freuen, wenn ich so ein Kind zu finden. Ja, was ist denn hier los? Sieht ja verglüht aus. Dann kommt man gerne nach Hause. Ja, ist doch bestimmt nur zu Abend, oder? Wir gucken uns mal auf den Curry-Trennen drauf. Ich gucke mal auf den Körig-Trennen drauf. Ich gucke mal auf den Körig-Trennen drauf. Aber es ist immer gut. Genau, unser Team ist geheilt. Sehr geil. Na toll. Schau mal, ich habe hier etwas vor euch. Kiff und Hopp. Ja. Ah, ein Dynamax-Bahn von Professor Magnolica. Sehr cool. Damit können wir unsere Pokémon auch ähnlich Dynamax-Bänder. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind Wunschhände verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Danke, Professorin. Ich hab's verrückt. Ich ziehe die genauso wie das von meinem Ruhe. Damit kriegt meine Pokémon jetzt halt Dynamax-Bahn. Stimmt's? Äh, sagt dem anderen Junge, Mann. Ich kann den Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immer lässt das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz einfach ist das nicht. Jetzt müssen einige wichtige Voraussetzungen gefüllt werden. Zwillers solltet ihr rumreisen und nicht mit 5-5 Pokémon vertraut machen, wie möglich. So füllt ihr auch im Handumdrehen... äh... So füllt ihr auch im Handumdrehen in Pokédex. Endlich soweit. Jetzt kommt die Legende von Habsburg richtig in Fahrt. Komm, wir machen den Wetter und bis zum Malhof. Auf geht's. Los. Los. Okay. Dann geht's jetzt hoffentlich so richtig los. Aber wir machen einen kleinen Break hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Let's Play Pokémon steht. Und dann geht's endlich los. Bis morgen. Tschüss. Los. 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 Los.